hey meine lieben und willkommen zurück zu einer weiteren folge von er das raus ausgabe die folge 230 wird das jetzt schon sein und wir haben der letzte folge uns einen kult angeschlossen ja auch jetzt nicht mal behaupten wir machen die questen für diesen kult mal da kann ich gleich nach raumfels reißen einen kleinen sprung unterreißen einfach mal aber der ist hier drin der übersetzer gut das war ein bisschen bei dem tag verstreichen so jetzt gleich hallo ich weiß nicht was sie in den minen getan hat aber kreis lächelt wieder ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen mir wurde gesagt dass ihr diesen brief übersetzen könnt natürlich weil ich weiß ist eine kuratorin des zentris verschwunden das scheint zu stimmen hat hier mir hat das bitte seit vorsichtig m m m m ich blind christian melotti ihr oder wer auch immer das hier liest ich brauche eure hilfe nun ist es etwas dumm so etwas zu schreiben denn natürlich ist ja das hier ihr schaut euch ja kein blatt papier an ohne anderes zu lesen nicht wahr es sei denn ihr könnt nicht lesen oder seid irre und zwar ich schneide mir die fußnägel mit einer gabel irre und nicht in großartig irre ich ihr wisst was ich meine was ist eigentlich sah was ich eigentlich sagen will ich glaube ich habe sie gefunden die maske von gut dass sie einen kappen das karenzell einen wehmerischen labyrinth mit einer erstaunlich hohen zahl an vokalen im namen es liegt hoch um in der lott ihr gebirge und ihr seid auch velotti was für ein zufall es gibt nur ein problem in einer art mechanismus geraten und jetzt weiß ich nicht genau wo ich bin wir haben beschlossen hier zu lagern und eine der söldner loszustecken die wir augeheuert haben um hilfe zu holen er kann ich lesen nicht schreien und keinen klaren gedanken fassen daher gebe ich ihm diesen brief mit ich hätte nur die maske nehmen und die kugel in frieden lassen sollen eine so offensichtliche falle hätte mir eigentlich nicht auffallen müssen aber die kugel leuchtet und sah irgendwie einsam aus willkommen in amnesia wichtige anmerkung wenn ihr kommt um mich zu retten fasst nicht die kugel an erkennt mich ich fasse die kugel doch an dann passiert wieder etwas cooles so quest warte zwei stunden bis die briefe übersetzt sind bei zwei stunden warten okay ja toll jetzt haben sie es wieder abgesperrt die rennt da irgendwo da vorne jetzt rum die briefe verteilen nachdem ihr sie übersetzt habt ja ja alles gut jetzt wohin er gibt die briefe den was reine generatrat wie es da vor dem weg den wagen aus dem weg ich habe keine top oder belästigt also lass mich in ruhe jetzt halt für sie und schmarrn regung versuchten ihr mögt alle getäuscht haben ich hab blablabla aber der tempel ist nur für die gläubigen fremdlinge sind hier nicht ein der koschen lass mich erst mich zu den typen ihr braucht etwas jetzt haben diesen brief diese briefe verteilt vielen dank das ist für euch also gut sagen wir so mickiges bürstet ich würde sagen so mickiges bürstet hat mir nichts zu sagen vom anbruch einer neuen ära und dem fall des falschen so findet ihr verschwundet karate in kaken was kakenze aber ich kann es doch per karte anzeigen oder ich sollte mich in das gebiet begeben und schauen wo erfahrung bringen muss ich halt nur wieder schauen wo das war was schon verriss das war es nicht was war denn das jetzt wieder einfach mal hier hin ich habe eine orientierung ja ihr wisst schon das war eine höhle das weiß ich das war dann muss das hier aschenfellriss sein hier muss ich irgendwas verdächtiges finden und was willst du jetzt von mir ich suche argonia wow der hat mich jetzt einfach nur so angegriffen alles klar immer zu dieser komischen höhle rauf an der ausdauer ist natürlich wieder für den hintern ich meine es kann ja sein dass da in der nähe was ist wo der quest her ist da ist irgendeine komische ruine ich will aber erstmal zu dieser höhle ei ihr habt hier nichts zu suchen zieht weiter einen moment ihr seid einer von uns nicht wahr ein wehrwolf denn seid ihr hier vielleicht doch richtig vergebt mir ich bin rakell vom frosten und rodel willkommen bruder ihr seid ihr seid hier willkommen solange ihr unser gesetz respektiert wird es ihr seht ihr seid ihr findet ihr seid ihr seid ihr seid ihr seid ihr seid ihr seid fundamentally ja manche auf solst heim sind noch reinen blutes schon seit jahrhunderten wir ― wir haben den segen von »First Hircine« angenommen ihr kennt das ja die Die Schnelligkeit und Stärke des Tieres. Das Jagdfieber. Der Triumph beim Erlegen der Beute. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Art zu leben. So war es für meinen Vater. Und auch für seinen Vater zuvor. Und ich freue mich über jeden, der diesen Weg geht. Gibt es auf Solzheim noch andere Wehrwölfe? Vielleicht findet ihr noch ein paar andere. Streuner, einsame Jäger. Aber unseres ist das letzte echte Rudel, das es noch gibt. Verkauft ihr etwas? Fleisch, Felle, Knochen, Jagdtrophäen. Aber damit könnt ihr wenig anfangen. Eine Sache gäbe es dann noch. Seit den Tagen der großen Jagd verwahrt unser Rudel einen Satzringe, die Fürst Hircine selbst gesegnet hat. Ich spüre, dass ihr in seiner Gunst steht. Für euch werde ich mich von ihnen trennen, wenn ihr meinen Preis bezahlen könnt. Hier, seht euch um. Okay, sonstiges. Was hat er denn da? Die Kleidung. Bringte Jagd. Im Wesen gestalten geht es nicht. Oder die Gesundheit schneller. 1.800. 50% mehr schauen dürfen. Singt heiter. Sehr länger. Die Wirkungsdauer deines Heules. Die sind mir zu teuer. Die sind mir zu teuer. Gut. Eigentlich finde ich ja das per Zufall mit der Koratin. Altar von Throns. Ich habe schon wieder die falschen Pfeile ausgerüstet. Einfach mal testen. Ich meine, wir finden es bestimmt noch. Wenn nicht, dann muss ich es irgendwie googeln. Okay, es sind wahrscheinlich wieder Vampire oder Grabencreme oder diese Krähenfrauen. Befeichern. Ja, da ist eine Hexenraube. Wir haben alle Namen. Ich glaube, die hätten wir nicht töten dürfen. Aber ich mag die wieso nicht, die Hexenrauben. Die sind da irgendwie auf irgendeine Art und Weise witzig. Aber... Äh, muss nicht sein. Ich würde jetzt lachen, wenn ich den Köpfe wieder mitnehmen darf. Nö. Oh, ich dachte, es wären jetzt wieder so tolle Hexenrauben und dann hätten die was Besonderes dabei. Aber nö. Nö. Da ist wieder Gold. Ja, was haben wir denn hier? Keines. Hier könnte ich verzaubern. Da kriegen wir mit Alchemie. Hier ist eine Big-True mit mangelhafter Wallerstein. Auch die Höhle hat sich jetzt voll gelohnt. Aber echt voll. Drum ist auch noch eine True. Hätte ich wahrscheinlich jetzt beinahe nicht gesehen. Noch ein Fall. Ne, könnt ihr behalten. Was ist da sonst noch irgendwo eine True hier versteckt? Da ist ein Erz. Rundstein. Ja, Sirene, rennen gegen die Wand. Hast recht. Mehr ist doch nicht. Dann kann ich ja wieder gehen. Die verschwundenen Kuratorin in Kargern einzeln. Hm. Können ja ein bisschen die Sachen hier abklappern. Nicht so einfach runterspringen. Wäre denn nicht gut. Also gibt es hier Werwölf. Ein Werwölfrudel. Aber es gibt noch was anderes. Das weiß ich. Das will ich jetzt aber nicht spoilern. Weil ich kann mich noch erinnern, dass es eine andere Art von Wehr gibt. Geht jetzt einfach mal in die Richtung. Ein doch mal ein bisschen schneller. Oh. Niemand staxelt da rum. Hallo. Jemand zu Hause. Ich speichere mal wieder ab. Ich bin schon 500 mal abgespeichert angeblich. Okay, da liegt ein Toter. Wie bist du? Rallet Elydri. Der Wiesbuch, Heilung. Nicht mein Tagebuch oder sowas, wo man lesen kann, warum der gestorben ist oder warum der hier ist. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Gargometz. Gargometz? Das wird sich... Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Gargometz. Hört sich nach einer Maya-Steppe an. Irgendetwas hat ihn umgebracht. Gleich an. Ich bin da mehr da. Ich werde nur noch mal sicher gehen. Jetzt schauen wir mal nach Gargometz. Das ist irgendein Inka-Maya-Name. Gibt es bestimmt auch, der es so ähnlich heißt. Hm. Irgendwelche Regale. Rote Zwergmine. Äh, Spinnen. Irgendwas hat die auch zerdepfert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einige aktiv sind. Wäre sehr untypisch, wenn es nicht so wäre. So, meine Lieben. Aber wenn ihr wissen wollt, was hinter diesem goldenen Tor sich verbirgt, schaut in die nächsten Folge mit rein. Dann seht ihr es. Hier drüben kommt ihr zu. Du warst die Epic Edition. Auch ein sehr geiles Let's Play von mir. Sehr gutes Rollenspiel. Alt, aber gut. Dann sag ich mal, haltet die Ohren steif. Tö lülül.